so auf geht's das für ein spiel hat es auch am ende schön normal aqua down sieg tor gemacht hat man das schon mal aqua daum ich glaube nicht oder ich weiß es nicht die kommt mir so bekannt vor die kommt glaube ich öfters mal es ist unsere unterwasserbasis thomas heute ja letztes spiel und dann gehe ich in einem party ich bin dabei oder ja dann mache noch zwei spiele weil ich habe gerade die neue folge begründet okay und dann kann man nicht auf feiern machen oder ich mache mal drei gegen drei danach ist egal okay aber ich würde zwar wie man nachdem jetzt noch nach dem übernächsten okay aber dann sind wir nämlich durch genug gemacht jetzt vorsicht da denke ich ja mir noch weggenommen schön wer geht in richtung ich hatte ziemlich beschissen erwischt der markus nicht kriege ich noch beide voller von mir gesagt kann ich im moment nicht werden nein drunter durchgefahren schade ich dachte da kommt noch mal einer ich bin ein gerangel hier gerade meiner ja schön gemacht ja ich müsste zurück den anlauf nehmen 85 kamera gerade mit glück da fängt er mich zu beleidigen sie ist ja das ist ein ami da kann nichts außer diesen einsatz dass ich irgendwo aufgeschnappt ich mache dann noch ein eigentor hier nämlich so geiles eigentor hier nur oma das wäre so scheißegal ich habe jetzt spaß draus aus der typen aber wir sollten jetzt nicht irgendwie überstrapazieren und so ein spiel noch verlieren dann ist dran vorbeigefahren ja ich hab dann nicht recht zum tor gebracht ich hab laut Der ist direkt Sack. Ich hab da noch nicht voll erwischt, den Typ all. Gesehen davon. Scheiße, hätte er nicht mehr machen müssen. Komm, Markus. Nein! Nein! Leute, hör. Lass es sich gegen die Typ verlieren. Wir haben jetzt zweimal das leere Tor nicht getroffen. Ich brühe hier nochmal rein. Komm. Den bringe ich nach vorne, aber der gibt leider nicht so, dass er in Richtung Tor geht. Nice. So, jetzt kannst du auch melden, ne? Hm. Ja, die gehen jetzt auf Zerstören aus. Jetzt fangen sie nicht an, daran abzufucken. Mann, wir führen 5-2. Egal. Ja, 5-3. Deck mich doch. Geht hier nicht rein, da. Wie ist das? Du. Tschö. So, jetzt können wir das ganze Ding mal melden. Warte mal, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, der hier nervt mich, genau, abschicken, warte mal, war das, der hier, dieser komische Gottlieb, nee, der nicht, und der andere, der LLXL, ja, 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 ich bin schon dran, abschicken. Mach dir kein bereit, oder was? Ja, ja, ich melde dich gerade die zwei Vollidioten da von denen. Ja, alles gut, ich hab's schon. Wird er wirklich noch mal gegen die kämpfen, oder was? Ja, und dann können wir sie noch mal auf die Fresse. Können wir sie noch mal melden? Die können sie auch melden, ne? Also, zwei von denen hab ich schon gemeldet. Hm, die können sie abkarschgemein zu machen, jubb. Die sind so, eben, keine Diskussion. Warte mal. Du kannst dir aber auch, äh, zuschalten, den Text. Ach, ach. Ja, ja, weiß ja auch nicht, hat sie. Achtung. Habt sie, weg, weg, gesagt, weg, gesagt. Lass sie sich die Typen verlieren. warum ist nicht wieder keiner hinten was macht ihr denn das meine ich nicht immer alle auf den ball nur rennen ja ich muss aber nicht immer der einzige leben sein denken ist ich rede ja mit dem ganzen team dann muss man mit hinten bleiben bitte oder einer überhaupt nicht klein ich bin die meine vorne mit einer vorne mit einer rechts vorne leck mich doch am sack hat ja wohl es geht es ist wieder los das war auf zwischen und dann ist immer wieder nach vorne marcus da frage ich das sicher 20 halten ja und schon wieder keiner hinten es muss auch mal jemand hinten bleiben leute bitte nicht alle vier einfach nur auf den ball zu rennen ja der letzte der jetzt am anschluss bleibe steht bleibt hinten es wäre wichtig damit wir ein zumindest mal eine absicherung gaben ich habe keinen bock gegen solche typen zu verlieren der geht oder na verdammt hat er aufgepasst mit der mitte vorne ja doch kapazität und vor allem auch nicht auch das eigene trotzdem spiel marcus das team verlassen was das team verlassen ja ich habe die party verlassen aber nicht das verlassen ich sag ich möchte jetzt gleich noch mal die nichts weiter können jetzt gehen wir nicht auf den nüsse du arschloch alter der eine versuche ich jetzt zu jagen einer jetzt kommt ja zwischen mir wie sehr schön aber ich in 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 im was machst du da alles gut ich habe den weggekriegt doch mal einen gang runter penge schnell um wieder keine ich weiß nicht ob man das noch sagen soll dass da mal einer petin bleibt ja ich werde jetzt jetzt wieder hinten macht er sonst keine kommt einer wenn wir das ding mal rein machen jetzt Das ist nicht wahr. Wieso Typen verlierst du dann auch noch? Weißt du, die Kalix weiterhören ständig ihre Beleidigungen raushauen. Na ja, wenn sie halt nochmal gemeldet sind, dann sind sie gleich alle Rückends los. So, jetzt mal den Heim hier melden. Den kannst du nicht melden. Was ist das hier für einer? Klocki? Nee, auch nicht. Die sind verlassen gerade. Ja, das ist nur der eine gewesen von denen. Die sind alle raus. Alles gut, wir sind eh durch mit der Folge.